Moin Freunde, ich bin's wieder, euer DeinerWahlFrontlineLP. Ja, ich bin wieder da, ich hab mir gedacht, ja, wie nimmst du da jetzt heute nochmal ne Folge auf, einfach mal so, weil du da gerade Bock drauf hast, beziehungsweise, weil heute ja wieder ein Video kommen muss. Und ja, dann gucken wir uns an, was hab ich mir denn so geholt. Ich hab mir in letzter Zeit nochmal ne Schimakaze geholt. Auf die Bismarck hab ich mir ne andere Camouflage geholt, die Tirpitz Camo. Wartet. Hier, die Tirpitz Camo 1, die bringt 12% ReXP, die Bismarck Standard nur 10. Dann gibt's noch eine mit 9% für 80 Gold und die andere bringt auch 12, aber die wollte ich nicht haben, weil die hässlich ist. Jetzt hab ich mir die geholt und die ist eigentlich ganz, ganz okay. Dann hättet ihr auch mein Chef, heißt Tirpitz. Dann hab ich, wie gesagt, die Kajo Duelio, halt, äh, die Conti Couvert. Äh, die, Kirov, auch mein Camouflage. Dann, die Gangguut. Das, bei der Gangguut bin ich mir noch nicht sicher. Da muss ich noch ein bisschen verhachten, weil ich durchsucht ein bisschen. Dann werde ich mir ne Imperia machen. Ne, Imperia. Imperatrizia. 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 Imperatrizia Maria. Klaas. Werde ich mir noch mal, Alter, der Name, das, was da steht. So, jedenfalls. Im Hintergrund hören wir wieder MDK. Das war's schon? Okay. Gut, auf zu den Deutschen. Ähm. Würde gerne noch ein bisschen Deutschland fahren, aber dann auf jeden Fall enden. Weil, ich will ja ne Deutschland 1935 haben. Durch. Welcher Halsschmerzen? Aua. Schreib mal in den Kommentaren, herrsteckt mit Leid. Einfach so. Ja, gut. Revenge oder Künnelin. Schwerentscheidung. Nix von wem. Wir müssen ja Pana fahren, weil, wenn man sich das so anguckt, XP-technisch, haben die Japsen nix. Das heißt, los geht es. Wir die Japsen. Katsaki, die russischen Kuppel. Spaß. Getrollt. Ich schneide das erst, die ersten zwei Minuten, schneide ich sowas von raus. Was, 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 was ist denn jetzt hier los? Oh, ich hätte Secondary Sheldon. Das macht absolut keinen Sinn. Alter, Lex des Todes. Also, weil Schick ist Secondary wahrscheinlich HE ist. Ja, muss ich nur umtauschen. Nice Shot auf jeden Fall. Tja, da ist noch ne Miyoko. Verdammt, daneben. Da hinten ist noch kreuz, noch diese komische Amazon-Denor und Neusik-Kummer. Yo, da kreuz, noch die Amazon-Denor und meine Kongo bekämpft sie. Das finde ich schön. Kann ich rappen? Äh, liebe Helena. Ja, ich kann. Äh, ein bisschen rappen. Aber, ich mach das im Moment nicht auf YouTube. Also, noch nicht. Das heißt, ich werd mir irgendwann... Ja, jetzt kann ich mich da gar nicht mehr rausreden. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen scheiße. Ja, ähm... Ich werde mir demnächst wahrscheinlich irgendwann... Es steht noch nicht fest, aber mit dem lieben Herrn Treyfax-LP, so wie er damals hieß, weiß ich, wie er jetzt heißt. Auf jeden Fall weiß ich, dass er in real life jetzt EJ heißt. Äh, mit dem werd ich mir dann einen YouTube-Account machen für Musik, also das heißt für Covers, Rap-Covers, äh, Dubstep und so. Und dann werden wir da Musik machen. Aber, das steht noch nicht fest, weil wir noch kein ordentliches Equipment haben. Und... Ja. Rap, rap, rap es Gangster. Rap es G-G-G-G-G-G-G-Gangster. Rap es Gangster. Nein, also wirklich, steck dir eine Brane in dein Ohr. Steck dir eine Brane in dein Ohr. Ich kann mir das voll gut vorstellen, wie das jetzt nachher in den Schwarz-Weiß-Filter umgesetzt wird. Das werd ich auch machen. Ich werde den Schwarz-Weiß-Filter umsetzen. Warum nicht? Alter, diese Clemsen. Die hält aus und schluckt und schluckt und schluckt. Wie so eine kleine dreckige Cracknutte. Du Dementoren-Hure. Stirb. Ja, da freue ich mich. Da kann ich doch Tops erlernen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Auf Wiedersehen. Ich gebe dir jetzt nochmal eben schnell hier so einen kleinen Kampffschratt. Und tschüss. Bin dann mal weg. Bye, bye. Ich mag ungern... Ja, wo sind jetzt die Tops? Ach, da. Und meine Tops? Hahaha. Erwischt. Kriegen die es nicht hin, zwei Zerstörer down zu kriegen, die Miyoko. Wie armselig. So, Miyoko Nummer zwei kommt zur Hilfe. Weil Miyoko Nummer eins nichts kann. So, das hätten wir auch geschafft. Das geht in den schwarz-weiß Winter. Ich freue mich so. Ja, warum freue ich mich so. Ja, warum freue ich mich so? Keine Ahnung. Darf ich mich nicht freuen? Ja, ihr kleinen Schlingel raus. Ich weiß das schon. Hättet ihr mich nicht mögt? Kenne mich da schon aus. Keine Sorge. Wiss ich doch. Ihr wollt nicht dasig Spaß, ha? Das wiss ich. Ist okay. Merke ich mir für die Zukunft. Und ihr sagt, ich soll noch mal irgendwann irgendwo irgendwie was machen. Ist klar. Nix ist. Nein, Spaß. Tralala. So, das ist jetzt mal da hinten auf den Nordhemden. Scheiße. Boah, Alter, ist das scheiße. Die Nordhemden finde ich richtig dreckig. Da verlaufen die Konturen so richtig. Das ist richtig doof. Ich fühl mich. Na, wirst du's jetzt wohl lassen? Meiner, meiner, mein Kind meint. Und tschüss. So, mein Freund, jetzt ist es vorbei. Schicht im Schacht hier. Aus die Maus. Nice shot. Good heat. Au. Das gibt er jetzt mir auf die Fresse. Ja, ich komme nicht ran. Das ist scheiße. So, jetzt muss ich ihn treffen. Ja, da gehen meine Torpedos auch schon vorbei. Ist auf jeden Fall schon mal geil. So krasse Torpedos zu haben. Die japanische Kreuzer, die japanische Kreuzer, sie sind beste. Sie sind richtig nice. Da die ja eh nicht schießen können, die Vollidioten. Ja, die Vollidioten auf der Kongo, die können nicht schießen. Die sind dafür zu impotent und zu dämlich. Polackenschwein. Ja, ich muss hier unbedingt. Warte, 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 warte. Level 30, ich brauche. Wunderbar. Immer Level 13, dann gehe ich auf die Miyoko. Also, ich mache mir noch eine Miyoko. Und das wird dann eine Kongo. Also, eine Kongo 1935. Eine normale Kongo-Klasse. Nicht jetzt die Kongo 14, sondern die normale Kongo wird das halt. Und da wir gerade dabei sind, könnte man ja eigentlich mal eine Runde Bismarck online fahren, oder? Kommt, was soll's. Wir fahren jetzt eine Runde Terwitz. Bis gleich. Ich hoffe, ich weiß, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe dafür ja kein Gefühl. Ich meine, ich höre das ja nur so. Ich kann das ja auch übertönen mit meiner Stimme, so. Aber ich hoffe, die ist nicht wirklich zu laut. So, was haben wir hier? Eine Lion und eine Fangard. Oh Gott. Die sind tot. Und zwei Subs am Gegner. Ich sehe es auch schon. Zwei Subs, ne? Komm, sag mir, was ist es? H-Klasse. Boah, zwei H-Klasse. Ey, wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir haben so verloren. Ist aus. Vorbei. Rums weg. Tot. Kein. Boah, Gott. Alter. Zwei Stück. Ach nee, das sind die Ds. Ne, Jakobs, Wendlo. Und? Was haben wir noch? Und noch Ne, Jakobs, Wendlo. Eh, 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 he, eh, he, 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 lecker, lecker, lecker. Na, da freue ich mich. Wenn da so eine kleine schöne Novik vorbeifährt, dann ist das doch toll. Se, 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 was? Ich kann es nicht lesen. Sorry. kann man aber auch rasant entgegen die viecher du siehst du nicht du siehst sie einfach nicht